Guten Tag, es grüßt Sie die Gesellschaft minipress.ru. Wir bieten professionelle Beratung bei der Auswahl beliebiger pharmazeutischer Ausstattung an. Großer Katalog neuer Ausstattung von Fabriken aus China, Indien, Korea, Taiwan. Suche nach gebrauchter pharmazeutischer Ausstattung aus Europa und Russland. Wir stehen bei der Auswahl der Lieferung und der pharmazeutischen Ausstattung nach Deutschland zur Seite. Wir haben große Erfahrungen und Kenntnisse von der Technologie. In unseren Katalogen viele Videos, Fotos, Beschreibungen von verschiedener Ausstattung. Wir kompletieren Linien und einzelne Maschinen nach Produktionsmustern. Das gesamte Sortiment der begleitenden Waren, Verpackung, Rohstoffe, Verbrauchsmaterialien. Berater Roman Zybulski. Plus 7 495 364 38 08. Telefon in Minsk. Plus 375 29 308 00 00. E-mail info at minipress.ru Rundlauftablettenpresse zum Pressen von Tabletten mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm. Es sind 19 Paare von Presswerkzeugen installiert. Die Rundlauftablettenpresse ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Maximale Leistung von 45.000 Tabletten pro Stunde. Alle Teile der Presse sind von allen Seiten zugänglich. Der Arbeitsbereich ist mit transparenten Kunststoffschilden abgedeckt. Die Presskraft und die Leistung können stufenlos eingestellt werden. Die Hauptpresskraft beträgt 4 Tonnen. Geeignet für die Herstellung von verschiedenen Tablettenformen mit Logos. Ausführliche Anleitungen zum Aufbau der Presse und zur Herstellung von Tabletten sind erhältlich. Die Presse wird während der Produktion vor der Auslieferung geprüft und getestet. Vollständigkeit und Leistung sind garantiert. Erfahrene Spezialisten der Firma Minipress helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Gerätemodells. Unser Katalog Minipress tut. Pro ist einer der maßgeblichen in der pharmazeutischen Industrie. Jeden Tag beantwortet ein Berater Fragen zu WhatsApp, Art, Plus 7, 985, 364, 38, 08. Sie können auch eine Anfrage an, E-Mail, Info, Doc, Minipress, Dot, Ru, senden. Guten Tag, mein Name ist Roman Zibulski und ich bin der Gründer und Eigentümer des Katalogs für pharmazeutische Ausrüstung Minipress, Dot, Ru. Seit 20 Jahren helfe ich unseren Kunden jeden Tag bei der Auswahl und Lieferung von pharmazeutischen Geräten. Jedes Jahr nehme ich an Ausstellungen für pharmazeutische Geräte in der ganzen Welt teil. Mein Ziel ist es, neue Modelle von bester Qualität für meinen Katalog zu finden. In meinem Katalog finden Sie Tablettenpressen, Verblisterungsmaschinen, Baggerkessel, verschiedene Verpackungs- und Produktionsanlagen. Eine große Auswahl an Labormaschinen, kompakte Tischgeräte für die Gründung eines Pharmaunternehmens. Wenn Sie das von Ihnen benötigte Modell nicht gefunden haben, kontaktieren Sie mich. Ich werde Ihnen die beste Option vorstellen. Ich biete meinen Kunden nicht nur Informationen über die Geräte, sondern auch Daten über verschiedene Technologien. Ich kenne mich in diesem Bereich sehr gut aus und habe viel Erfahrung gesammelt, meine eigene und die meiner Kunden. Im Katalog finden sich verschiedene Arten von Geräten, die in China, Indien, Taiwan, Korea und auch von europäischen Herstellern hergestellt werden. Mein Team löst alle Fragen, die mit der Auswahl, dem Kauf und der Lieferung von Geräten zusammenhängen. Jeden Tag können Sie mich über alle verfügbaren Kommunikationsmittel kontaktieren, per Telefon, Skype oder E-Mail. Ich bin bereit, Ihnen mit all meiner Erfahrung und meinem Wissen bei der Auswahl von formatastischen Geräten zu helfen. Ich werde froh sein, Sie als meine Kunden zu sehen.